1,2,3 Ein paar Raketen aus dem Arena of Rockets, viel Spaß! So jetzt die Giro-Rakete. Jetzt die Matteo-Rakete. Die war richtig fett. Und jetzt die Green Hawk. Weißt du noch, was du vorhin gemacht hast? Was? Shark vom Lego. Das war die Giro-Rakete. Und noch die E-Grate. Untertitelung des ZDF, 2020